Hallo meine Lieben, heute reisen wir ins Ahrle mit WALL-E aus Building Block. Wir haben ein kleines Video für euch gebastelt, in dem wir euch zeigen, wie wir das WALL-E Building Block Set gebaut haben. Kurze Geschichte, bevor wir mit dem Prozess anfangen. Ich habe für meinen Geburtstag dieses Jahr, also 2021, einen WALL-E aus Building Block gekauft. Ich wollte natürlich das Original-Produkt haben, aber nach einer schnellen Suche im Internet, habe ich festgestellt, dass der mir zu teuer war. Den Grund dafür erfahrt ihr bald. Also, was ihr dann sehen werdet, ist nicht das Original, sondern eine Kopie. Aber genüge Quatsch, schnallt euch an, das Raumschiff startet! Ich glaube, wir können sprechen, es ist egal. Oh, ja, die Kamera ist jetzt. Ich bin ein paar Jahre alt. Untertitelung des ZDF, 2020 Fertig! Das Original Set mit 676 Teilen wurde ab dem 1. September 2015 bis zum November 2016 verkauft. Das kostete damals 49,99 Euro. Heute, weil es eine limitierte Edition war, findet man das nur auf Ebay und auf ähnlichen Webseiten. Das kostet jetzt zwischen 100 und 200 Euro. Das kommt in einem Karton, in dem außer der Teile und der Extratelle eine Baranleitung, eine Broschüre über den Designer und Informationen über den computeranimierten Pixafilm zu finden sind. Teil 2 Teil 23 Die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020